Musik 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 Am Ortsrand von Neuhaus biegen wir links auf die Sauerland-Waldroute ein. Musik 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 Seitlich der Sauerland-Waldroute windet sich die große Schmalenau durch den Ansberger Wald. Musik 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 Auf dem Wanderweg A6 und der Sauerland-Waldroute wandern wir weiter durch den Ansberger Wald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Hefetal, eine wunderbare Wandergegend Untertitelung des ZDF, 2020 Wir erreichen die Enze-Brücke und unseren Ausgangspunkt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020